Stefanie Popp hier. Ich habe etwas, was dir helfen wird, das nächste Jahr wirklich zum besten Jahr deines Lebens werden zu lassen. Dieses Jahr ist es fast vorbei und es war einfach ein crazy Jahr, total verrückt. Und vielleicht fragst du dich im Moment noch, Mensch, wie starte ich in das neue Jahr und was wird wohl kommen? Aber ich möchte einfach sagen, es gibt Hoffnung. Hoffnung auf Veränderung. Und ganz egal, wie manche äußeren Umstände sich entwickeln, das Jahr 2021 kann für dich wirklich ein Jahr der Veränderung werden. Und das ist echt mein Herzensanliegen. Dafür brennt mein Herz, dass das Jahr 2021 für dich zum Erfolg wird. Aber dafür musst du einige Schritte unternehmen. Und ich habe am 6. Januar einen Online-Live-Workshop mit dem Thema Erfolgreich im neuen Jahr. Und dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, irgendwelche guten Vorsätze zu fassen, die man dann nach vier Wochen schon wieder vergessen hat. So wie es dir vielleicht schon viele Jahre gegangen ist und so wie mir das für viele Jahre gegangen ist. Ja, man fasst diese guten Vorsätze und man betet und man wünscht sich das, aber es führt nirgendwo hin. Es hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern ich helfe dir in diesem Workshop, wie du wirklich Gottes Plan entdecken kannst für das kommende Jahr. Ich werde dir Strategien geben, die dir eben hier und jetzt helfen und zwar vom ersten Tag an. Ich werde in diesem Workshop über biblische Prinzipien sprechen, die Veränderung bringen werden. Ich werde dir einige meiner Geheimnisse verraten und ich werde dir einfach helfen, Schwung zu kommen. Ja, vielleicht ist es im Moment dein Problem, dass du einfach denkst, wow, ich komme einfach nicht vom Sofa und ich weiß nicht, wo ich die Motivation hernehmen soll. Komm in diesen Workshop und du wirst Motivation bekommen, okay? Und es wird dir Durchbruch bringen und Durchbruch ist etwas, was mir unter den Nägeln brennt. Menschen zu helfen, Durchbruch zu finden für ihr Leben. In diesem Workshop wird es um ganz praktische Strategien gehen und praktische Übungen, die dir helfen werden, wirklich ein klareres Bild für dich selber, für das kommende Jahr, für dein Leben zu bekommen. Wir werden in diesem Workshop, werde ich über Mindmapping, von deiner Bestimmung reden und dir zeigen, wie es geht. Und dieser ganze Workshop ist einfach wirklich gepackt voll mit Schätzen und ich habe schon viele Stunden zugebracht, diesen Workshop vorzubereiten. Einfach aus meinem Erfahrungsschatz heraus die letzten 20 Jahre wirklich mit Menschen zu arbeiten, prophetischer Berater zu sein, zu wissen, was einfach die richtigen und die wichtigen Fragen sind. Und das fließt da alles mit rein. Und nach diesem Workshop wirst du Zugang haben zu diesem Video vom Workshop, auch zu meinen Notizen, sodass du wirklich etwas an der Hand hast, mit dem du arbeiten kannst. Also, das ist deine Chance. Am 6. Januar findet dieser Workshop online statt für circa zwei Stunden. Und hol dir dein Ticket heute für 25 Euro. Das ist es wert, dass du das in dein kommendes Jahr investierst. Ich will dir auch sagen, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Tickets. Wenn die weg sind, sind sie weg. Aber ich hoffe, dass ich dich am 6. Januar sehe und ich freue mich sehr drauf, weil ich einfach weiß, es wird dein Leben verändern und es wird dir helfen, im kommenden Jahr, im Jahr 2021 erfolgreich zu sein. Bis denn. Bis denn. Vielen Dank.